Eine deftige Mutterschelle, so viel ist sicher. Können Sie sich drauf... Ein ganz schlimmer Fall von Akne ist das. Könnte ich Ihnen klar vielleicht eine Salbe empfehlen? Es ist ganz... Auf jeden Fall gibt es noch einige Items, die es mal wert sind, auszuchecken. Oh, ich kann hier raus. Das ist genau wie der heißt. Okay, wir brauchen einen Nachnamen auf jeden Fall. Alter! Hallo? Dein Ende ist nah, freue dich. Es wird mir zu viel hier. Krieg ich einen Herzanfall? Alter! What? 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 Alter, das... Das Bild da... Ah! Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich kann mich nicht wehren. Wobei, welche Tür? Hier ist wer? Hier ist irgendwer mit mir im Raum. Oh Gott, no! Oh Gott, no! No, 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 no. Oh! Alter, ist das widerwärtig. Oh! What? Wissen Sie zufällig den Weg hier raus? Oh Gott! Okay! Ah! Fick dich!